Joho, was geht ab ihr Lieben da draußen, ein schönes Jahr eingeschaltet habt, hier bei einer neuen Ausgabe von Genau so ist es, die Kanalvorstellung Den heutigen Kanal, den ich für euch habe, ist ein Let's Play Kanal Richtig, ein Let's Play Kanal, wo Spiele gespielt werden auf diesem Kanal Also ihr spielt die Spiele, macht ein Video davon und zeigt uns YouTubern diese geilen Videos So, und ich möchte auch nicht lange jetzt um den heißen Kanal Ich fange natürlich auch gleich direkt an, hier mit dem Kanal, viel Spaß Ja ihr Lieben da draußen, schön dass ihr eingeschaltet habt, hier bei der Kanalvorstellung von Serious Pat Der Xbox Let's Player, er hat 2124 Abonnenten, vielleicht auch schon etwas mehr jetzt Und insgesamt 403.023 Aufrufe, yeah ist das der Wahnsinn Leute Er ist 26 Jahre, macht Let's Plays und wow, schaut mal rein Und da ist ein Schatz Ein Goldener sogar So, Schatzkisten haben wir alle Och scheiße, kann ich jetzt eigentlich zurück Was ist das hier? Okay Finde den Schatz, okay Da Ja ihr Lieben, das war's auch nun wieder einmal von der Kanalvorstellung Ich hoffe natürlich, euch da draußen selber hat dieses Video gefallen Ihr könnt den Kanal von Serious Pat natürlich abonnieren, liken, kommentieren Und was weiß ich Macht es einfach, er würde sich auf jeden Fall darüber freuen Wie gesagt, der Kanallink ist in der Videobeschreibung Und ich verabschiede mich jetzt, ich muss extrem Ruppling machen Hau rein